Hallo! Aber ich sehe da so ein Scheiße drin aus. So, und jetzt sperren wir die Tür jetzt auf. Wir müssen das filmen. Was macht man im Knopf so? Ja. Und dann nehmen wir das jetzt wieder auf unser Gesicht. Finde ich voll cool. So, und jetzt gehen wir zum Auto. Ich nehme euch jetzt mit. Wir nehmen euch mit. Wo, 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 wo gehen wir zum Auto hin? Warte, bis du auch in deinem Monat sind. Ist voll cool. Oh, fühle ich mich jetzt cool. So, halt mal. Kannst du mir die Kamera geben? Ups. Nö, eigentlich ein Ungern. Das ist richtig süß. Wie fängst du denn Videos an? Dein Oli was? Ah, Auto-Erkennbar machen. Dann zieh ich ihn gleich an. Auto-Erkennbar machen. Ja, ist das so. Jetzt verbind mal. Deine Videos fängst du so an? Auf drei. Eins, zwei, drei. Auto-Erkennbar machen. Hey, Leute. Back at it again. Wirf die beiden Spasten vor mir. Ich weiß, dass ich das nicht. Das ist eigentlich gar nicht mein YouTube-Kanal. Aber wir tun jetzt mal so. Ah! Hä? Wehe, du schneidest es rein. Hey, Leute. Du musst mit dem Komplett. Oh, bist ein Blitz. Mal was für ein Fade. Ich hab's nicht. Uno. Dos. Tres. Quatsch. Und verkackt schon wieder. Aber hey. Guten Tag zu diesem außergewöhnlichen Blog auf Deutsch. Heute mal. Und jetzt mach Musik an. Ganz. Ja, also ich hab komische Menschen im Auto heute. Und ich hab keine Ahnung, was heute passiert. Also viel Spaß. Du musst ganz geschmeidig machen. So ganz ruhig. So, jetzt die große Frage. Wo ist in diesem Auto die Handbremse? Push to lock. Wenn's so lustig wäre das Auto jetzt geradeaus. Oh ja, das hat funktioniert. Wegnehmen. Du musst ihn so. Hallo. Ja? Und ich komm hier auch kein bisschen behindert vor. Dann mach's bitte aus deinem Mund ruf. Okay. Jetzt filme ich doch. Das war ja cool. Das wäre schon viel vorliegt. Ich hab's zum Hotel. Echt so. Okay. Warte. Dann machen wir's anders. Ja, okay. Egal. Wir schneiden das schon. Wir kriegen das schon hin. Ihr seid hinterm Auto. Ich hab euch gesehen. Joke. Joke. Wir sind so funny. Oh, ich muss voll niesen. Dann nies. Ich stehe grüne Porsche. Mein Vater hat nur einen grauen Porsche. Und er hat ein richtig crazyes Gefühl, wenn der rein ist. Schau mal wie krass das ist. Oh, der liebe Buhlmer. Oh mein Gott. Ich hab die zwei peinlichsten Momente seines Lebens. Vor allem diese zwei Mädels gerade eben haben uns im Glück angeschaut. Weißt du das? Ich wollte nur kochen. Essen wir jetzt was oder nicht? Ja, wir essen was. Was essen wir? Wir essen Molterschen. Das ist vegetarische Molterschen. Dann kannst du mitessen. Mit Fleischfüllung. Perfekt. Fleisch. Also, ich hole jetzt Salbei. Ich habe einen Schall an, der hält nicht. Sieht supergeil aus in meiner Hose. Julia, schau mal auf deinem, oder? Ja! Okay. Ich bin professioneller Salbei-Pflücker. Übrigens. Und die wollten nicht mitkommen, weil sie Spasten sind. Das ist einfach, weil die sind faul. Nicht so wie ich. Die sind einfach viel fauler. Und die kommen gleich her und stalken mich. Das ist übrigens der Salbei. Cool, dass ihr meine Hand so seht. Ich wollte mal was über Julia und Alex erzählen. Also. Alex. Interessanter Typ. Ein ganz interessanter Typ. Ein bisschen komisch manchmal. Eigentlich meist Zeit so. Ich hoffe, er tut das nicht in den Vlog rein. Das wäre echt peinlich. Dann halt nicht. Das ist wie das Zimmer. Das ist wie das Bett. Da. Da. Da darf ich jetzt einfach liegen und warte, bis sie kommen. Ja. Gute Nacht. Ich bin so froh, wir haben heute früher Schule ausgegeben. Ich weiß nicht, wie viel Salbei ich nehmen soll. Reicht das? Das ist ein bisschen überfordert gerade. Oh. Verperlen, du. Wenn Alex irgendeine Scheiße hier reinschneidet. Ich bin so sauer auf ihn. Ich bring ihn um. Ich glaub, sie hat bald kein Salbei mehr. Reicht das oder nicht? Egal. Ich bin übrigens ein professioneller Vlogger, wie man grad gesehen hat. Oh. Und ich hab Alex und Julia ganz, ganz doll lieb. Das sind meine kleinen zwei Babys. Ja. Auch wenn sie eher älter ist. Ich erschrecke sie jetzt. Wow. Lea, passt doch mal. Was sind die eigentlich? Ja. Aber ich wollte dich filmen. Hi. Wo ist der Salbei, nicht? Meine Hand. Ich hab nicht so viel raus. Das ist Salbei. Das ist kein Salbei. Das ist ganz was. Das ist so hart. Salbei. Nein, das ist nicht. Das ist nämlich. Was ist das? Alter, wie blöd bist du denn? Was ist das? Das ist meine, wie heißt denn das? Das ist Salbei. Nein! Das ist Salbei. Es ist Salbei. Ich google für euch Salbei. Dann geh mal den Salbei waschen, weil du hast recht. Das ist Salbei. Das hat nicht funktioniert, unser Joke leider. Wir wollten fun sein. Das war ein lustigeres. Ja, ich weiß. Das ist ein Funny. Ich hätte sich gar nicht laufen schicken müssen. Ich habe hier noch Salbei. Ein Problem. Ah! Ein Hänger runtergefallen. Nee, sah nur so aus. Also so ist man. Das war eine optische Illusion. Das war eine optische Illusion. Ich muss wieder kochen. Tschüssi! Tschau! Ich habe nicht bereit, Leute! Ich ziehe nicht mehr so aus. Das war eine optische Illusion. Da ist das, wo ich die Realität nur passiere. Ich bekomme echt gut. Das kann ich ja auch nicht. Ich mag ihn dann noch mal machen. Ich mache extra mit dem Video. Ich mache jetzt mal so, dass meine Lippen nicht zu werden haben! So, okay! Schau mal. Ja, klar. Ich hab so... ...mehr von dem, was du Liebe nennst, auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Du bist mein E-S. Dein inneres E-S. Ich mag mein Herz bei dir immer. Also gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst, auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Gib mir zu vergessen, was war. Ja, also. Ich mag mein Herz bei dir heute Nacht, heute gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst, auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Okay, bitte. Ich muss es nicht abkriegen. Und all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and out, and blue his house with a blue little window and a blue ball. Hey, Sondheim. Oh, sometimes I get a good feeling. So, jetzt wird mich... Jeder sieht mein Opfus. Oh, that's what I like. Okay. Was müssen wir denn bei mir machen? Gar nicht so viel. Ich hab mich voll erschrocken, du Spasti. Gar nicht lustig. Nicht lustig. Ich fand's lustig. Fandst du's lustig? Ja, total. Ciao. Wir fanden uns alle total lustig. Hi. Ich sag nichts, weil ich bin echt immer so ruhig. Du bist eine ganz ruhige. Ich bin eine ganz ruhige. Ich bin eine ganz ruhige. Wow. Oh, ich bin in die Mitte. Schau, dass du einen weißt, wie du zum Josefsplatz kommst. Ja, ich erklär's ihm gleich. Ich bin ein bisschen lustig. Du bist jetzt draußen. Stress. Verstress. Verstress. Alter, meine Titten fallen dich aus. Ach, du wolltest dir das Video weiterhören. Alles gut. Alles gut. Oh, ha! Was piept dir alles so? Echt piep? Das war's nie. Wir kommen hier nie wieder raus. Tee, was? Ja, da ist jemand! Ja, ich seh ihn. Bitte können wir hier niemanden erfahren. Schaut doch an den Typen mit der grünen Kappe. Tschüssi. 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 Bye bye. Du musst uns jetzt zum Mattheser fahren. Ich weiß nicht, wie wir von hier zum Mattheser kommen. Ich weiß nur öffentlich. Ich hab nämlich noch keinen Führerschein. Das war's fürs heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mehr von diesen reizenden jungen Damen sehen wollt, ihre Instagram Profile sind in der Beschreibung verlinkt.